Musik Ihr beide seid die geborenen Massagekünstler. Ihr hättet Masseure wirken sollen, da hättet ihr es weit gebracht. Massage, ja! Schauspielkunst, nein! Die Menschheit weiß gar nicht, was das ist, eine ausgezeichnete Massage. Natürlich habe ich euch die Massage beigebracht, eure Mutter war auch zum Massage unfähig. Langsam und ganz zahm. Nichts ist notwendiger vor dem Auftreten als eine gute Massage. Regt die Fantasie an. Er weckt alle guten Geister. Er ermöglicht Kunst.